So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich eliminiere Spiele in Gunfight. Also langsam fangen wir an hier ein bisschen mit Schreibfehlern, weil das habe ich nämlich eben schon bei der anderen Aufhörer gesehen. So, Gunfight findet ihr hier in der Mitte, also hier unten, das ist gemeint. Nicht der Sturmkönig, nicht Combine, sondern Gunfight. Da reingehen und eigentlich ganz simpel gesagt einfach Kills machen. Und ich zeige es heute halt so, dass es auch zählt. So, ihr seht, jetzt fehlen nur noch 14 Abonnenten. Dann haben wir die 1000 Abonnenten geschafft. Also wenn du mich in der Hinsicht unterstützen willst, würde mir natürlich deutlich weiterhelfen. Wenn ich dir schon weiterhelfen konnte, wie gesagt, helft du mir, ich helfe dir. Ihr kennt das viel ja. Und was die Skinverlosungen angeht, werden definitiv kommen. Wie gesagt, wahrscheinlich heute schon im Livestream. Weil, ich habe ja gesagt, sobald alle Aufgaben soweit hochgeladen sind, werde ich natürlich auch noch einen Livestream mit euch machen. Aber dazu müssen natürlich erstmal die Aufgaben fertig sein. Ich hoffe, das könnt ihr soweit verstehen. Weil schließlich versuche ich davon, halt meine Abonnenten zu bekommen und euch natürlich auch immer weiter zu helfen. Die haben immer, die müssen immer hier rüber kommen. Bettner haut direkt mit der Spitzhacke drauf, wie so ein Dulli. Gemeine Rede. Und das macht er jetzt noch mindestens 10 Sekunden lang. So, der nächste Spitzhacke. Nein, er muss tanzen. Entweder kommen die rüber Spitzhacke oder tanzen. Aber ohne Quatsch, ich finde den Modus absolut nicht gut. Ich weiß nicht. Irgendwie werde ich mit dem nicht warten. Schreibt mir in die Kommentare, wie ich den Modus finde. Also, ich weiß nicht. Der ist halt, die Map ist halt zu klein. Ist zwar nicht schlecht, aber im Prinzip kämpft man nur entweder hier hinter der Kiste oder man geht hier hin. So, entweder ich spiele mir zu zweit oder ich spiele alleine gegen die. So. Und? Kriege ich noch einen dabei? Ich schlafe alleine gegen die Spielen. Kommt nicht raus. Hä? Tick besseres Aim-Heads auch gepasst. Ach, verkackt. Ja komm, das wirst du ja wohl schaffen. Muss low hoch 8 sein. Ich wollte gerade sagen. Viel Leben kann er nämlich nicht mehr gehabt haben. So, dann probieren wir jetzt unseren Kill. Aber wir sind doch zu zweit. Arme killtet. Mit Revolver muss natürlich nicht sein. Ja, Lecks kann ich natürlich noch weniger gebrauchen. Darf ich bitte mal... Dankeschön. Wie ihr seht, oben links hat gezählt. Nee, 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 nee. Schön abgestoppt. Aber egal. Ach nein, nein. Einen. Tatsache, ich hatte es jetzt getroffen. Das war's. Kann ich mir selber schaden? Ja. Zack! Nächster Kill. Das war wiederum büßtig. Oh, ich dacht schon Snipen, ne Snipen hab ich auf den Bruder. Ist er schon durch? Na, ich dacht ich käme durch, indem ich einfach Dauerfeuer mache, aber ich hab den selben Plan gehabt. Na komm, push doch einfach. Also, ich glaub mein Teamplayer ist ein bisschen schlechter als ich. Vor allem, wir hatten gar kein Blue Life. Hat keiner gesehen. Hat keiner gesehen. Da kannst du eigentlich Schnupfuschen mit Explode. Na ja, macht das. Wie hab ich den gewonnen? Hä? Wer als erstes vier Siege hat, oder nicht? Okay. Aber ihr habt es ja gesehen, zwei Kills gemacht. So einfach kann es gehen. Und das Ganze müsst ihr jetzt machen, bis ihr euch meine, wenn ich mich jetzt nicht irre, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Waren es fünf oder sieben Siege? Gucken wir grad nochmal kurz, nicht, ob ich was Falsches sag. Komm, Ladebildschirm. Gib Gas. Wie ist der Ladebildschirmzeit? Like-Zeit? Kommentier-Zeit? Wenn du noch kein Abonnent bist, jetzt dein Abo raushauen. So, ihr müsst das Ganze sieben Kills machen. Ja, das werden wir ja wohl noch hinkippen. Ach, Verschiedene? Deshalb hat das nicht gezählt. Ah, okay. Aber wir machen jetzt mal weiter mit den Aufgaben. Ich glaub, das Video nehm ich dann gleich nochmal runter und mach ein neues davon. Und in dem Sinne, haut rein. Gesangt양